So, einen wunderschönen guten Morgen. Weibchen ist auch irgendwo. Ich bin hier. Morgen, bonjour. So, wir haben jetzt anderthalb Tage Regen ausgehalten. Wir sind nicht abgesoffen. Ich glaube, das hatten wir noch in keinem Urlaub gehabt, so viel Regen. Noch nicht mal, glaube ich, beim Wintercamping. Augsburg war, glaube ich, auch so ein fieses Wetter. Ja, aber das war mal so ein Tag so zwischendurch. Naja, egal. Heute Morgen hat die Sonne geschienen, blauer Himmel, die Wolken haben sich jetzt davor geschoben. Der blaue Himmel ist noch da, der ist nur über den Wolken. Ja. Da, wo die Sonne ist. Nee, geht aber. Im Moment ist trocken, ist es noch nicht kalt. Und wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt zum Hafen von Aradon. Aradon. Und dann gucken wir mal. Dann so ein bisschen Stadt oder? Genau. Ja, die Stadt da ist ja, da waren wir ja die Pizzeria suchen. Achso, okay. Das war die Stadt Aradon. Das war das Abenteuer A. Na gut, wir gucken mal. Wenn wir was Schönes sehen, machen wir die Kiste auch wieder an, ist doch klar. Ja, genau. Das war's. Ja, genau. Ja, genau. Das war's. Ja, genau. Ja, genau. าน Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das stimmt, Italien. Italien wäre eine Möglichkeit, kann ja jetzt auch nicht so weit weg sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schatz, was kostet der Spaß hier? 15,30 Euro. 15,30 Euro inklusive Strom? Oder Strom ist inkludiert? Wunderbar. Sieht gut aus. Dirk, sieht gut aus, gefällt dir? Sehr schön. Entsorgung, Versorgung ist auch alles da, direkt am Eingang, tipptopp. Auf so einen befestigten Rasen stehst du hier, also so einen harten Rasen, in der Hoffnung, dass das nicht einweicht, wenn es wieder mal regnen sollte, kommt er hier schon mal vor. Drachen steigen hier, nach hinten ist das Meer. Wenn wir mal ein Eis essen oder so, wenn wir mal die Gegend erkunden und dabei ein Eis essen. Ziehen wir uns mal in den Strand rein, ne? Mause, Strand reinziehen? Ja, mal schauen, ne? Anne sehe ich ja immer ein bisschen windiger, ne? Ja, frische Brise. Hier hast du den Kassenautomat. Drachen steigen, Supi. Ich weiß gar nicht, wo wir hier landen müssen jetzt. Ja, ne? Keine Regeln. Wagenboot. Wie kannst du deine Wagenboot bauen? Ja. Wagenboot wollten. Ja. Hier proie, wo wir spareiten. Hier können wir teigen. Ich mache dich nicht nur ... Ich mache dich nicht nur eine lange Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ganz ehrlich, megaschön, megaschön. Ist das geil? Ist das geil oder ist das geil? Ist das geil oder ist das geil? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.